Musik Und damit ein Hallo da so liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Schroppidi Doppidi Und heute sind wir wieder in unserer wunderschönen Heimat und unserer wunderschönen Behausung und draußen ist ein wunderschönes Wetter Riecht ihr das? Der schöne Tag beginnt, die Villager zwitschern Und heute liebe Leute habe ich eine kleine Real-Life-Story so für euch wieder parat Ich war gestern Abend duschen und dachte mir so, ja ein bisschen duschen und sowas, du stinkst, Lars, du musst ein bisschen duschen gehen und sowas, das wäre mal nicht schlecht Ne Quatsch, also ich war gestern halt Abend duschen und sowas und das ist so, ich habe so eine Ablage bei mir zu Hause, wo man halt so sein Duschzeug drauflegen kann Das ist so direkt über dem Toilettenrand, über der Toilette halt so, also ganz knapp über der Toilette Auf jeden Fall bin ich so duschen, ne, denkt mir nix, legt meine Brille so auf diese komische Ablage und sowas und dann ist es passiert, Leute Meine Brille hat an meinem Finger geklebt irgendwie, ja, weil ich habe so eine Plastikbrille vielleicht, wisst ihr das ja Und dann ist meine Brille einfach ins Klo gefallen Nee, warum? Wieso? Meine Brille ist einfach in die Toilette gefallen Ey, ich habe mir echt nur gedacht so, ey, warum? Warum, Lars, warum passiert dir das jetzt gerade? Ich wollte, ich wollte einfach nur ganz normal duschen, wollte dann schlafen gehen und sowas Und dann fällt mir einfach meine doofe Brille ins Klo Ins Klo! Und, oh, ey, das hat mich so aufgeregt, jetzt habe ich keine Brille, also ich habe schon noch eine Ersatzbrille, aber ich ziehe die andere jetzt nicht an, weil das ist voll eklig Und jetzt habe ich so, so Toilettenzeug da in meiner Brille und so, ach, keine Ahnung, also, äh, einfach eklig Und jetzt habe ich einfach meine Ersatzbrille angezogen Aber, Leute, ihr müsst euch das mal, überlegt euch das mal, mir ist einfach meine Brille in die Toilette gefallen Wem passiert das denn bitte? Wieso? Aber gut, eben, Leute, heute dachte ich mir, wir gehen heute mal wieder ein bisschen auf Erkundungstour Und, ähm, wir werden mal gucken, warte mal, ich bin gerade am überlegen Sollen wir jetzt erst nochmal das Beet abfarmen? Hm, nee, es haben sich einige gewünscht, dass ich das jetzt erstmal nicht mehr mache und sowas Und deswegen würde ich das auch mal nicht machen Und ich habe auch heute gar nicht so viel zu erzählen Ich habe ja auch schon die Story erzählt mit dem, dass ich meine Brille in die Toilette geschmissen habe Mann, wie dumm Alter Gut, dann brauchen wir heute das Beet nicht zu machen Aber wir können ein bisschen Brot vielleicht mitnehmen oder sowas Das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee Alter, das Dorf ist hier komplett voll Hier mit Fredalf, Fredalf, hier ist noch ein Fredalf Bist auch Fredalf, noch ein Fredalf Noch ein Fredalf, ey, Leute Hier sind einfach alle Fredalf Ich weiß nicht, das ist irgendwie voll der Bug Hier sind einfach alle Fredalf, geh mal da runter hier Du bist nicht Fredalf, warte mal, da brauchst du noch einen, nein, du brauchst noch einen Namen Stop following Give Nickname Alfredo Komm hier, dann heißt es jetzt einfach Alfredo Wir brauchen unser täglich Brot hier Zack, das sollte eigentlich reichen Und dann werden wir, denke ich mal, ein bisschen auf Erkundungstour gehen Und werden mal gucken, was auf uns zukommt Vielleicht finden wir irgendwas Krasses wieder oder so Und wartet mal, können wir nicht mit dem Ding hier fahren Oh, nee, nicht mit dem Walkbook Okay, das ist immer so richtig Oh, ein Meteor ist gecrasht Wo? Wo? Ah, mein Motorrad Es ist einfach nach da drüben gefahren Okay, irgendwo ist ein Meteor gecrasht Aber ich würde gerne wissen, wo Kann man das irgendwie sehen oder kann man das irgendwie Toll, jetzt konnte ich da nicht richtig hinhören Weil meine doofe, mein doofer Sound so laut war von dem Motorrad Vielleicht finden wir ja den Meteor Warte mal, vielleicht können wir mal hier so hochziehen Ja, ja, nein, okay, das geht nicht Oh Mann, dieses Ding ist so dumm Oh Mann, aber wir gehen jetzt erst noch mal kurz pennen Weil es gerade dunkel wird, zack Okay, eine Spinne, eine Spinne Hier stirbt da eine dumme Spinne, zack Dann legen wir uns jetzt erstmal ins Hayabububädchen Schlafen jetzt erstmal eine Runde Und dann werden wir auf eine sehr, sehr spannende Erkundungstour gehen Ah, ich stehe im Glas So, zack Okay, dann werden wir jetzt mal auf eine sehr spannende Erkundungstour gehen Mal gucken, was sich so finden lässt Was sich so erkunden lässt So, zack, kann man das hier so, warte mal Ich schieße das jetzt mal an den Briefkasten Ah, haben wir überhaupt was im Briefkasten? Nö, haben wir nicht Okay, dann haben wir nichts im Briefkasten Ah, das ist dupi dupi Heute fahren wir nicht unser Beet ab Weil wir uns einfach nicht benötigen heute mal Haben ja genug Zeugs Und mein Motorrad steht einfach dort hinten im Feld Lassen wir jetzt einfach losgehen und gucken Was so passiert Alter, oh mein Gott Nein, nein, nein Wo sind die, wo sind die? Ah, da ist schon wieder einer Ich kann die immer noch nicht besiegen, Leute Jetzt haben wir hier unseren Ghetto-Blaster Oder wie das Ding heißt hier Unseren Akkanit-Blaster Ghetto-Blaster Alter Kann ich die jetzt irgendwie? Warte mal, wir brauchen jetzt mal ganz schnell was zu essen Okay, wo kommt der her? Wo kommt der her? Wo kommt der her? Oh je, nee, Leute Wir müssen die unbedingt mal besiegen Wir haben die schon von Anfang an nicht ein einziges Mal besiegt Wir müssen das mal unbedingt irgendwie versuchen Wartet mal Da ist einer Treff ich dich, treff ich dich, treff ich dich, treff ich dich Okay, wir lassen es lieber Ich mag dieses Schnee-Biom überhaupt nicht, Leute Ich mag kein Schnee-Biom Warte mal, hiermit sind wir sogar noch ein bisschen schneller mit dem Ninja-Dagger Guck mal, wie Wow, aua, mein Fuß Hier, guck mal, wie schnell wir damit rasen Okay, Tschüssikowski Wir sehen uns Wir müssen hier mal ganz, ganz schnell abhauen Zack Hä, wo kommt das Pferd her? Das fällt einfach Ah, okay Gut, da oben ist nämlich so ein Planet Was mit der Gravitation irgendwie das Pferd angezogen hat So, hier können wir jetzt einfach mal so drüber jumpen und so Zack, jawoll Erstmal hier auf diesen Darkstone Auf diese Dark-Dings hier Was weiß ich Darkland, Grass, whatever Whatever you want So, zack, jetzt sind wir hier Das mag ich ja auch nicht, diese komische Gegend Weil hier verliert man immer irgendwie die Da kriegst du immer Blindness Lol, was ist denn das da oben? Warte mal Hier kriegst du immer Blindness und sowas Das nervt total Hoffentlich passiert jetzt nichts Dann kriegen wir wieder Blindness Und das ist nicht so witzig Da ist ein Riesen Hallo? Hallo, wo bin ich? Hallo? Da ist ein Riesenbaum, Leute Oh, schon wieder Blindness Hä? Aua Zack, hier erstmal so durchteleportiert Hier so durch die Gegend gepordet Da ist ein Riesenbaum Guckt euch das mal an Und es sieht so aus Als wäre da oben auch noch so So richtig was bebaut und sowas Lass mal da oben drauf gehen Oh, Leute Der Baum ist einfach so gigantisch groß Dass er aber gerade mein Spiel einfach zum Crashen gebracht hat Lol Ist ja hart, ey Das ist ein Riesenbaum Guckt euch das mal an Wie schön Das sieht wirklich toll aus Kann man da irgendwie hochklettern oder sowas? Hier, guck mal hier an der Seite Oder so hochhangeln oder so Oh, da unten sind Fackeln Kann man sich da irgendwie Woppa Aua, mein Fuß Warte mal, wir essen jetzt erstmal was Bevor wir da Nein, nicht warpen, Lars Was sind das für komische Geräuche? WTF Okay, da drinne scheint irgendwas nicht so Nettes zu sein Irgendwas, was nicht sehr wohlgesonnen ist mit uns Hallo Oh mein Gott WTF Was ist denn das? Was ist denn das für ein Riesenvieh, Alter? WTF, Mann Alter Wie geht's denn so Wie geht's denn so? Wie geht's denn so? Wie geht's denn so? Ich muss auf Klo Ich muss auf Klo Zack hier Bambambambam Dicke Kombis weiter Balalalala Was denn das? Skyltherne Soul Ah, okay Na gut Kann man mal gebrauchen Was haben wir hier so? Hallo Hallo Kommt da noch so? Oh, ich höre schon wieder einen Ich höre schon wieder einen Hallo, guten Tag Guten Tag, guten Tag Wo, 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 wo Alter, die sind so stark, die sind so stark Die sind so ultra stark Und die machen sogar Slowness und alles What a shrubbidi dabbidi Guckt euch das an, ich hab einfach Slowness bekommen Oha, Alter, wie krass Die bewachen ja einfach diesen riesen Baum, Mann Bitte ist keiner mehr hier Hallo Hallo, ich heiße Lars und ich möchte nicht mehr Gegen diese komischen Dinger da kämpfen Okay, wir sind Oman gekommen. WTF? Was war denn das, Leute? Was war denn das für ein Vieh? Hallo? Ah, okay. Du bist so ein Undead Miner. Okay. Da ist noch ein Undead Miner. Warte mal, da kann man doch hier so zack, zack, hier mit dem Arcanid Blaster. Machen wir das doch easy. Das ist voll schön hier. Okay, was sind das denn für Dinge? Varek? Varek, so? Oh mein Gott. Weg mit dir. Was haben wir hier so? Wildwood. Und, ähm, Seals. Was haben wir hier? Nichts drinne. Wunderschön. Wir haben hier einfach blaues Fleisch. Mh, Magic Meat. Das klingt sehr, sehr gesund und sehr, sehr lecker. Da ist noch einer. Geh weg von mir! Bleib weg mit deinem blauen Fleisch. Hier ist nichts drinne. Hier ist auch nichts drinne. Okidil, dookidil. Dann haben wir hier wohl nichts. Okay, Leute. Ihr merkt, das ist wirklich eine sehr, sehr... Was ist denn das? Das ist wirklich sehr, sehr krass hier, was hier abgeht. Hello? Da ist noch ein Undead Miner. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Undead Miner. Hello, what are you doing, Undead Miner? Ah, nicht mit dem Walkbook schlagen. Alter. So. Oh mein Gott, wie viele! WTF, man. Wie... Boah. Krass, ey. So, da haben wir noch eine Tür. Dann haben wir hier noch eine Tür. Zack. Hallo! Oh, ich glaube, ich störe sie hier gerade irgendwie bei irgendwas. Kann natürlich sein. Oh, nice. Nice. Asuras Dreaded Gateway Key. Noch ein Key für ein Portal, nehme ich mal an. Coralium Longbow. Nice! Kann man den auch so schießen, ohne dass man irgendwie Pfeile braucht? Ne, das geht nicht. Wir brauchen echt Pfeile dazu. Krasses Teil. Nice. Was haben wir noch so? Necno-Ride. Was zur Hölle? Das ist, glaube ich, nochmal so eine Art Roboter-Dingens. Ja, cool. Cool, cool. Also, lohnt sich doch hier. Was haben wir noch so Feines? Noch eine Tür. Hello, what are you doing? Hier ist nichts. Dann haben wir nochmal so ein Oblivion-Katalyst. Das ist mega fett, das Ding. Das haben wir das letzte Mal auch schon ausprobiert. Das ist ja richtig, richtig cool gewesen. Was haben wir noch so? Dann haben wir hier nochmal einen netten Verek. Verek, hallo Verek, wie geht's dir so? Wie geht's? Wie steht's, hä? Oh Mann, wie viele? Alter, hört ihr? Mein Gott, da ist noch einer. Bleib weg. Bleib weg von mir. Bleib weg von mir. Okay, weg damit. So, zack. Dann haben wir den jetzt besiegt. Und ist jetzt hier oben die Luft rei... Alter, wie viele? Ich denke, die... Ich komme ja gar nicht mehr zur Ruhe. Ich bin die ganze Zeit nur am Kämpfen. Ey, gibt's das? Gut, die beschützen halt auch ihre Sachen. Das muss man auch noch verstehen, Leute. Also, was haben wir hier so Schönes? Äh, zwei Diamondblöcke brauchen wir jetzt nicht. Kuchen. Alchemie-Mixer. Okay. Eine Steam-Engine. Eine Diamond-Sword brauchen wir eigentlich nicht. Diamond-Swords brauchen wir eigentlich nicht wirklich, weil wir haben ja schon viel stärkere Sachen wie Diamonds. Und das schreiben ja auch einige Leute in die Kommentare. Hm, Lars, du brauchst aber unbedingt Diamonds. Und zwar, aber ich brauche eigentlich gar keine. Die sind jetzt nicht so wichtig. Ist hier noch irgendwas? Hallo? 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 Oh, guck mal, da ist noch so ein fliegendes Villager-Dorf. So, zack. Dann haben wir hier einen Lava-Eimer. Nice. Oh, eine Chest, eine Ender-Chess. Das ist gut. TNT kann man auch vielleicht mal ab und zu gebrauchen. Eine Jack-O-Lantern und ein Item-Frame. Oder wartet mal, nehmen wir einfach mal den Item-Frame mit. Vielleicht kann man den ja auch irgendwann nochmal für irgendwas gebrauchen. So, dann haben wir hier... Was? Wo waren wir jetzt noch nicht? Erstmal hier einen Überblick verschaffen. Aua. Irgendwie einen Überblick verschaffen. Da kamen wir nicht her. Genau, hier ist ja auch noch was. Wow. Oha, nice. Wie viele Pfeile. Coole Sache. Dann machen wir mal gerade so... So, warte mal. Dann machen wir das mal so. Kann man dann hier mal mit dem neuen Longbow schießen. Das kann man ja auch mal ausprobieren. Psiung. Psiung. Nice. Das Ding auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall nochmal hier... Nein, warte, so war das genau. Kann man vielleicht ja irgendwann nochmal richtig gut gebrauchen. Was haben wir hier? Hier kamen wir hierher? Ich habe hier voll den Überblick verloren. Wo bin ich? Wer bin ich? Warum bin ich? Hier war ein... Oh, hier ist ja auch was drin. Wir hätten unseren Backpack mitnehmen sollen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Zack. Redstone. Redstone brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Frittiertes Ei brauchen wir eigentlich auch nicht. Dann haben wir nochmal so einen Archemie-Mixer. Brauchen wir auch nicht. Passenger Seat. Also einen Passagiersitz. Eine Abisal-Need-Chessplate. Nochmal Steam-Engines. Nehmen wir das dann mal mit. Nochmal so ein Katalyst-Dingens. Oblivion-Katalyst. Ein Dragon-Helmet. Materializer. Und eine Knarre. LOL. LOL. Was? Kann man damit irgendwie... Oh, wie nice. Oh, LOL. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie man zielt oder wie man schießt. Okay, cool. Die heben wir uns auf jeden Fall mal auf. Und testen die mal bald. Okay. Dann haben wir noch einen Dragon-Helmet. LOL. LOL. Wie ich aussehe. Nice. Was macht der? 100%... Plus 100% Attack-Damage. Aber irgendwie bugt jetzt hier draußen alles rum. Seht ihr das? Da die Welt bugt jetzt... LOL. Jetzt ist es einfach dunkel. LOL. Ach so, stimmt. Ich habe ja mit meinem Helm habe ich ja Night Vision. Das stimmt. Okay. Wartet mal. Da waren wir jetzt hier. Hier war noch eine Tür. Lass mal hier rein. Hello. Hier ist nichts. Da war hier nochmal sowas hier. Nichts. Nichts. Okay. Lass mal hier alles schön erforschen, Leute. Wir müssen gucken, dass wir auch wirklich alles finden, weil hier ist anscheinend sehr, sehr guter Stuff unterwegs. Gut. Hier waren wir auch schon. Ja. Hier waren wir schon. Hier waren wir auch. Hier war nichts. Oder beziehungsweise da war ja... Ja genau. Da war nichts. Okay. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alles schon erforscht haben. Haben wir alles erforscht? Hier. Das hier haben wir. Das hier haben wir. Da oben war noch was. Da war noch. Das haben wir schon. Okay. Hier verliert man echt ganz schön schnell den Überblick, Leute. Also nicht wundern, wenn ich hier so... Als im Cryski. Was haben wir hier? Zack. Hier sind noch Kisten. Oh. Eine Schreibmaschine. Eine Lampe. Dann haben wir hier... Zurück in die Zukunft. Ähm. Ein DeLorean. Ach so. Wie cool. Ein Backpack. Nice. Der kommt wie gerufen. Ähm. Oh. Dann haben wir hier noch den Backpack. Und ähm. Da können wir eigentlich gerade den ganzen Krimskram so reinmachen. Zack. Dann machen wir mal gerade so... Das hier. Das hier. Das hier. Ach. Machen wir gerade mal einfach alles rein. So. No problemo. Mr. Yusen. Mr. Yusen. So. Wartet mal. Ich muss mein Handy auf Sturm machen. Das nervt mich gerade irgendwie ein bisschen. So. Momentonito. Zack. So. So. Dann haben wir das jetzt auch noch geregelt. Tut mir leid Leute. Nicht. Es war irgendwie ein bisschen doof jetzt gerade. Aber gut. So. Dann haben wir hier einen neuen Backpack. Was haben wir unten drin? Malachit. Dann haben wir hier ein paar Pilze. Da sind noch mehr Pilze. Oh. Gurken. Lecker Gurken. Ach. Okay. Lecker Gurken. Wer die letzte... Wer die letzte... Den letzten Vlog gesehen hat. Den letzten Montags Vlog weiß. Dass ich eine ziemlich ekelhafte Challenge gemacht habe. Wer es nicht geguckt hat, muss es sich noch unbedingt angucken. Es ist mein Montags Vlog. Das letzte Video, was hier auf dem Kanal erschienen ist. Leute. Das war so witzig. Und es kam auch sehr, sehr gut an. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Vielen Dank Leute. Dass ihr das so tatenkräftig unterstützt. Weil so ein Let's Player oder sowas hat das in der Vlog-Szene nicht gerade einfach. Und das freut mich natürlich sehr. Und ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, warum ich mich zurückteleportiert habe. Aber ich denke mal, dass die Folge für heute zu Ende ist, liebe Leute. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Minecraft. Schrobbidi dubbidi. Und bis dahin. Tschüss.